Hallo, hier ist der Detlef von Wakenews Radio und Wakenews TV. Heute ist der 21. Juli 2012 und ich möchte hier den Artikel, den ich bei mir auf dem Blog veröffentlicht habe, mywakenews.wordpress.com, mit dem Titel Jedem seinen Staat, hier Republik Freies Deutschland, vorlesen. Damit antworte ich auf die vielen Fragen, ob ich mich nicht auch mal dazu äußere, was da alles so geschieht hier mit Staatsgründungen rauf und runter. Und ich denke, das, was in diesem Artikel hier vorgelesen wird, gibt auch ziemlich klar wieder, was ich denke. Und ja, hört sich an. Bis dann, ist der Detlef. Ist der Originaltitel Republik Freies Deutschland. Und hier ist der Beitrag. Eine Vielzahl von Anfragen erreichte die VSV, sodass eine Stellungnahme unumgänglich scheint. Doch was heißt hier schon Stellungnahme? Auch wenn diese nicht nur von Mitgliedern erbeten wurde, wie soll eine juristisch orientierte Organisation Stellung zu politischen Visionen nehmen, zumal diese Visionen ja nicht neu sind? Da die VSV ja dafür bekannt sind, politische Themen zu meiden und sich ausschließlich juristischen Fragen zuzuwenden, soll an dieser Stelle anzumerken sein, dass die Orientierung der folgenden Ausführungen sich an Aussagen und Fakten anlehnen, welche in sich, nach diesseitiger Auffassung, widersprüchlich sind. Es nimmt einfach kein Ende. Abgesehen von mehreren Reichsregierungen, einem Staat Germaniten, einem Engelgeldschöpfer, dessen Ehrgeiz es sein soll, König zu werden, einem selbsternannten Hochkommissar für Menschenrechte, im Deutschen Amt für Menschenrechte, reiht sich nunmehr auch der kommissarische Präsident Peter Frühwald mit der Gründung des weiteren Staates Freies Deutschland, abgekürzt, EFD, in die Reihe der Staatsgründe ein, begleitet von Roland Herrlichka, der hohe Koordinator für Auswärtiges. Liest man aufmerksam die Pressemitteilungen der Stasi W, trifft man unter anderem auf Aussagen, die interessante Rückschlüsse zu lassen. So wurde die Republik Freies Deutschland gegründet, den Aussagen nach aufgrund intensiver Arbeit des Teams um Herrn Peter Frühwald, Gesprächen und Verträgen auf nationaler und internationaler Ebene. Damit wurde, Zitat, die Bildung der Republik Freies Deutschland am 1. Mai 2012 auf den Weg gebracht. Frage, was denn nun? Gegründet oder auf den Weg gebracht? Und es kommt noch besser, Zitat, die Grundlage dieses sich entwickelnden Staates ist eine direkte Volksdemokratie. Rund 800.000 Menschen haben sich in die Selbstverwaltung begeben und schaffen Schritt für Schritt eine gemeinsame Struktur und einen Boden für ein menschenfreundliches, naturbezogenes Staatswesen. So jedenfalls lautet die Aussage der Stasi W. Frage, was bitte ist ein naturbezogenes Staatswesen? Woher kommt die Zahl 800.000 Menschen, die sich in die Selbstverwaltung begeben haben? So soll die Staatsgründung bereits bei der UNO angezeigt worden sein. Nun wird es aber erst recht spannend. Zitat, Mithilfe von UN-Sonderbotschaftern, so wörtlich, wurde in den vergangenen Monaten in akribischer Kleinarbeit alles erarbeitet und organisiert. Mehr als 26 Staaten, auch aus dem europäischen Bereich, haben derzeit bereits die Zustimmung und Anerkennung der Republik Freies Deutschland signalisiert und die diplomatischen Beziehungen auf den Weg der Umsetzung gebracht. Zitat Ende. Frage, von welchen UN-Sonderbotschaftern ist denn hier die Rede? Um welche 26 Staaten handelt es sich? Aus der Vergangenheit ist hinreichend bekannt, welche Vielzahl an Aussagen unter anderem von Peter Frühwald getroffen wurden und sich danach herausstellte, wie schnell doch heiße Luft verpuffen kann. Dabei erinnere man sich unter anderem daran, dass Unternehmer keine Umsatzsteuer zahlen müssen, doch als der Gerichtsvollzieher vor der Türe stand, war Peter Frühwald unerreichbar. Man erinnere sich daran, dass im monatlichen Mitgliedsbeitrag für die Stase W 5% Umsatzsteuer enthalten waren, obwohl eine Umsatzsteuer ja nicht rechtens sei. Und man erinnere sich daran, wie Peter Frühwald propagierte, man müsse nur der Stase W beitreten und schon sei man in der Selbstverwaltung. Verraten hatte Peter Frühwald jedoch nicht, was denn passiert, wenn man wieder austritt. Ist dann die Selbstverwaltung wieder aufgehoben? Und dann war da noch die angeblich eigens für die Stase W gegründete Abteilung im ISTGH Den Haag, Leider weiß der ISTGH bis heute nichts davon. Oder er verrät einfach nichts. Erklärungen, die gegenüber den Vereinten Nationen abgegeben wurden, besagen gar nichts. Avisierte Anerkennungsnoten diplomatischen Inhalts besagen genauso wenig. Das Sahnehäubchen setzt Peter Frühwald allem mit der Aussage auf, Die ISO-Länderkennung 279 für das Freie Deutschland und die Bezeichnung EFD sind offiziell bereits avisiert und juristisch inoffiziell bestätigt. Frage Was bitte ist eine juristisch inoffizielle Bestätigung? Und welchen Wert soll diese als solche haben? Wie es weiter heißt, wird die Republik Freies Deutschland die Mitarbeiter der Verwaltungsstellen der Bundesrepublik voraussichtlich grundsätzlich weitgehend übernehmen? Frage Weiß das auch schon die Bundesrepublik Deutschland? Die Abschlussklausel trägt den freundlichen Gruß eines im Auftrag handelnden Bernd Becker Diplomat. Wie wäre es denn, wenn der Diplomat Bernd Becker seinen Diplomatenstatus mittels Vorlage einer Immunitätsbestätigung zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland auswärtig samt belegt? Grundsätzlich können wir als VSV nur empfehlen, sich sämtliche Aussagen der Stasi-W eingehend belegen und Vorsicht walten zu lassen, soweit man sich einer derartigen Republik anschließen sollte. Herrn Frühwald und seinem Team scheint entgangen zu sein, dass einerseits die Stasi-W den Vergangen der Bundesrepublik Deutschland stets propagierte und propagiert, andererseits jedoch einen angeblichen Staat gründet, der von lächerlichen sechs Personen unterzeichnet wurde und den Aussagen nach in Bildung steht, obwohl von einer Gründung die Rede ist. Um die Sache abzukürzen, den Anfragen unserer Mitglieder nach können wir nur raten, sich auf die Ebene des Rechts zu begeben und sorgfältig zu lesen, was denn wie von der Stasi-W da wieder verbreitet wurde. Wenn die Stasi-W einerseits um Spenden buhlt und ihren Mitgliedern auch noch 5% Umsatzsteuer in den als Spenden deklarierten Beiträgen abverlangt, muss man sich doch ernsthaft die Frage stellen, was das denn für ein Staat sein soll, dessen kommissarischer Präsident von avisiert, bilden und erklärt, spricht, ohne sich belegend darzustellen. Es ist traurig, sich an dieser Stelle zu derartigen Unterfangen äußern zu müssen, doch irgendwann ist das Maß aller Dinge voll und nun reicht es wirklich. Es ist mehr als schamlos von UN-Sonderbotschaftern zu sprechen, die angeblich bei der Organisation und Erarbeitung Pate gestanden haben sollen, ohne dabei Ross und Reiter zu nennen. Ein angeblicher Diplomat verkündet diesen Unsinn im Auftrag und dazu lächelt im Hintergrund der hohe Koordinator für Auswärtiges. Nimmt man die jüngsten Pressemeldungen, die verkündeten, Herr Schäuble und Frau Merkel denken darüber nach, das Grundgesetz abzuschaffen und eine Verfassung zu wählen? Klingt das mehr als übel? Denn aus juristischer Sicht würde die Volksbestimmung einer Verfassung die Gründung eines neuen Staates bedeuten und damit die endgültige Besiegelung des Deutschen Reiches, dessen Staatsangehörige sich auch noch in Millionenhöhengebieten aufhalten, zu welchen die Bundesrepublik Deutschland keinen bestimmenden Zugang unterhält und auch keine Berechtigung dafür besitzt, die immer noch im nicht vereinten Deutschland lebenden Landsleute einfach im Stich zu lassen. Herr Frühwald sollte doch als Parteimitglied wissen, dass Hochverrat zu ahnden ist und die Vision der Präsident der Politgaukler zu sein, mag ihm gerne zugestanden sein, doch mit Abstand bitte gegen unseren Landsleuten, welche durch die Erkenntnis, hier wieder einmal vorgeführt zu werden, richtig sauer werden könnten. Dabei reicht es auch nicht aus, den Traum einer eigenen Gesundheitskasse zu träumen, denn wer die Macht hat, braucht sie nicht zu zeigen. Und diese Macht, die noch andere haben, könnte den Staatstraum des kommissarischen Präsidenten des Fantasiestaats Neues Deutschland sehr schnell ein makabres Ende bereiten. Man könnte auch auf den Gedanken kommen, da gesellt sich jemand auf die Seite der Bundesrepublik Deutschland. Gemessen an der vorstehenden zitierten Aussage des Herrn Schäuble und der Frau Merkel, doch sollte auch beachtet werden, dass die Verfassung der Weimarer Republik die international immer noch ansprechbare Verfassung von Deutschland ist. Dabei geht es nicht darum, ob es wirklich die Verfassung ist, sondern darum, dass zumindest eine existiert, auch wenn diese der Reform unterliegt. Jedenfalls brauchen wir keine Verfassung, die das deutsche Volk, wir sagen bewusst das deutsche Volk, beschließt, jedoch einen Passus enthält, nach welchem ein Parlament jederzeit Änderungen in dieser Verfassung vornehmen darf. Wenn eine Verfassung beschlossen wird, dann sind Änderungen auch nur durch eine Volksmehrheit zulässig, ansonsten handeln wir lediglich eine Farce. Unser Rat, selbsternannte Präsidenten waren und sind uns schon immer ein Gräuel, ein hoher Koordinator für Auswärtiges ist mehr als Suspekt und deshalb raten wir, Distanz zu üben und das juristische Gleichsein nicht zu verlassen. Juristische Belege sind ein Bestand, der Raum hat. Erzählungen gehören in den Bereich der Gebrüder Grimm. Und hier endet der Artikel der Presseveröffentlichung des VSV Verwaltungsrates vom Juli 2012. Im Beschreibungstext des Videos finden sich dann die Links zu dem Artikel. Ja und in eigener Sache ich sende immer Dienstags und Donnerstags 16 bis 18 Uhr live. Freue mich auf euch, wenn ihr dort einschaltet. Ich bin inzwischen auch wieder hier in meinem Wakenews Radio zu hören auf meiner Seite bei Wakenews.net Wakenews Radio bei den Playern zu empfangen. Aber ich werde auch von anderen Sendern mit simultan übertragen. Unter anderem auch natürlich Orki Talk und wie gesagt nächste Sendung nächste Woche Dienstag hier ein Hinweis darauf mit dem Heinz Biederer und da wird es ganz spannend, weil wir über das Thema Wahrheit sprechen, wie man Wahrheit erkennen kann. Also ich freue mich auf euch. Bis dann ist der Dettel von Wakenews Radio von Wakenews TV. Dettel von Wakenews Wakenews Radio für alle die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimms und der Cracks der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplatzes aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt dann von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net